Mahlzeit Leute! Montag, mein Gott! Samstag, der 31. Ich bin Maus kaputt, wir haben es ja viertel vor elf. Ich habe heute etwas länger geschlafen, ich habe es auch gestern nicht mehr geschafft die Videos zu bearbeiten. Ich habe mich erst mal ein bisschen regenerieren müssen. Das nächste jetzt, ich werde die Videos fertig bearbeiten, nachher dann unsere Gäste noch verabschieden. Ich glaube die dürfen dann noch mal kurz vor die Cam hüpfen und sich persönlich von euch verabschieden. Es dauert ja jetzt erst wieder bis wir sie wieder sehen. Ja und danach dann eben, wenn ich dann auch das Video bearbeitet habe, geht es hinter und ich lege das LAN-Kabel. Und das würde mir heute persönlich eigentlich reichen, wenn ich das LAN-Kabel lege. Weil danach muss ich dann endlich Werkstatt aufräumen. Da liegt nämlich alles drin, was wir für den Baufit von der Grillcota gebraucht haben. Ja und dann würde ich vielleicht sogar endlich mit meinem Auto anfangen. Aber das ist eine andere Geschichte. Gut, Kaffee trinken und dann Video bearbeiten. So sieht es aus. So Leute, dann, ich hoffe man sieht das jetzt. Dann werden wir mal die letzten zwei oder die ersten zwei verabschieden. Kommt schon mal her. Richard und Silvia, aka Rita Kruse. Ich danke euch recht sackrisch. Alleunix hätte ich noch Wochen und Monate gebraucht für das, was ihr jetzt in der Woche gemacht habt. Dafür vielen Dank. Haben wir gerne gemacht. Geht der Zeit wieder. Kommt gut weiter. Viel Spaß beim Carport streichen. Wir sehen uns. Alles klar. Und wir werden jetzt auch gleich noch was machen. So Leute, an Sascha hat nämlich ein blödes Arsch, sage ich jetzt mal. Wird der Sprühdose sein Wohnmobil versaut. Und ich schnappe mir jetzt meine Poliermaschine. Und werde jetzt mal hier schnell schauen, dass ich die Farbe runter poliere. Auf dem Aufkleber geht es leider nicht. Der würde wegschmelzen. Aber ich bin doch gut der Hoffnung, dass ich den Rest weg bekomme. So, mal eben drüber poliert. Es muss jetzt vorerst mal reichen. Ja, pralle Sonne. Wer schon mal poliert hat, weiß, was ich meine. Ja, gut. Danach geht es jetzt. Oder jetzt geht es dann gleich weiter. Mit dieser Rolle hier, dem Langkabel. Wie gesagt, ich gehe hier hoch, gehe an dem Balken rüber, verfolge das Stromkabel, gehe da rüber, da runter und dann geht es zack, rein zum anderen, ja, Router Repeater. Ein Router, der als Repeater geschalten ist. Genau so. Ja, und das Chaos meinte ich eben, dass ich erst noch komplett aufräumen muss hier, bevor ich endlich mein Getriebe machen kann. Naja, hilft ja nichts. Ich gerade beim Cam holen, weil der Sascha sich jetzt verdrückt und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, das Gitter hier, das werde ich heute auch noch machen, dass das endlich dran ist. So, jetzt verabschieden wir noch einen Sascha. Ja. Sascha, ich danke dir recht sackrisch. Du warst uns auch eine große Hilfe. Oh ja, so ein bisschen bald mitgeufen. War schon gut. War total okay, dass du da warst. Und bald werdet ihr dann auch wiedersehen. Da sagen wir aber jetzt nichts Näheres. Aber ich bedanke mich auch. Ja, es war geil. Also, es war eine geile Woche. Auch wenn ich beim Arbeiten war, leider. Hilft nichts. Wir sehen uns. Ja. Ciao. Bis demnächst. Kabel nach oben, fertig rum. Und ja. Stück für Stück lege ich es jetzt darüber. Bis da bin ich jetzt. Und jetzt geht es darüber komplett. Bis dahin. Und wenn es da ist, hole ich gleich wieder dazu. Stück für Stück. Was passiert, wenn man jetzt der Hammer aus der Hand fällt? Da gibt es einen kaputten Bruder. Pass lieber auf, dass er dir nicht aus der Hand fällt. So, Leute. Da oben bin ich jetzt mit dem Kabel reingekommen. Einmal darüber. Rum. Num. Runter. Ja. Und da sind wir in die kleine Werkstatt rein. Dann bin ich hier jetzt rausgekommen. Bei meiner Werkstatt Fritzbox. Ja. Und hier mache ich jetzt direkt einen Stecker hin. Moment. Habe ich doch hier irgendwo in der Hosentasche. Und den hier, den bastle ich da jetzt hin. Und dann stecken wir das Ding erst einmal an am Tester an. Aber den zeige ich euch, wenn ich das angeschlossen habe. So, kleiner Tipp, wächst den Kabelfarben, wenn ihr sowas mal macht. Ist ja eigentlich alles angeschrieben. Bloß hier war es jetzt etwas verwirrend. Ja. Und deswegen habe ich sicherheitshalber draußen nochmal aufgeschraubt. Das ist jetzt die andere Dose, was ich noch habe. Und ja, tatsächlich rechts und links habe ich hier die unterschiedlichen. Auf zwei grün für links und für rechts hatte ich hier jetzt eben den orangen. Und damit es an dem Stecker ganz genauso ist, habe ich hier eben dieselben Kabelfarben gemacht, wie jetzt ich hier auch angeschlossen habe. Ich hoffe, dass das Ding hinterher funktioniert. So, jetzt müssen wir den Stecker zusammenklappen. Das mache ich jetzt noch mit der Zange. Dann die Käbelchen ein bisschen abzwicken. Ja, und dann kann ich ihn fertig zusammenbauen. So, Leute, hier hat man der Sascha seinen Tester dargelassen. Den stecken wir jetzt mal schnell ein. Und dann testet der hier selbstständig die Dinger durch. Sieht man nicht schlecht aus. Und woher wissen wir jetzt, dass das wirklich passt. Gehen wir raus in Kota und schauen da auch nach. Den lassen wir dabei hier hängen und laufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, passt. Wunderbar. Ja, dann kann ich den hier abstecken und in der Werkstatt auch und direkt ans LAN anstecken. Gegenstück ausgesteckt und hier geht gar nichts mehr, aber jetzt stecken wir das auch hier komplett aus und stecken das hier an unser Gigabit-Netzwerk. Ja, ich brauche zwei Hände, Leute, hilft nichts. Dadurch, dass das Kabel halt etwas störrischer ist, steht der jetzt ein bisschen weiter vorne, aber das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch. Gut, dann stecken wir in der Grillkotter den Repeater ein. Tja, Leute, und so hat man das gerne. Ich habe LAN hier drauf. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum das hier jetzt noch blinkt, das WLAN. Normalerweise müsste der doch jetzt volle Leistung haben. Na ja, jetzt hat er volle Leistung. Vielleicht muss er sich auch erst über das LAN registrieren, aber jetzt doch. Jetzt haben wir volle Leistung. Jawohl. Tja, Freunde, ich bin hier jetzt am überlegen, wie ich das Gitter am besten hinmache. Aber ich denke, ich werde das wahrscheinlich irgendwo so machen und dann genau bis zur Betonkante reichen lassen und fertig. Da mache ich jetzt gar nicht mehr so viel Aufriss. Sauber abschneiden und dann direkt so hin. Ja, das mache ich jetzt und nachher zeige ich euch das nochmal. So, ich habe jetzt mal die Gitter ausgeschnitten, so wie ich das haben möchte. Und die werde ich jetzt mit diesen kleinen Nägeln, ja, noch schön festnageln. Wenn ich alle drei fertig habe, hole ich euch wieder dazu, wie immer. So, Leute, alle drei sind dran. Geht jeweils bis zur Betonkante runter. Nummer eins war das. Hier haben wir Nummer zwei. Und Nummer drei. Ja, die Gitter sind dran. Und das Lahnkabel liegt drin. Lahn ist drin jetzt in der Cota voll aktiv. Natürlich drumherum auch noch ein bisschen, ist ja klar. Und das war es dann auch für heute jetzt mit der Aktion. Wir werden uns jetzt noch die Reste von gestern schmecken lassen. Ja, mein Brüderchen ist ja da. Noch ein bisschen quatschen. Und dann war es das auch für heute. Ja, dass gestern, beziehungsweise die gestrigen Videos erst heute gekommen sind, lag daran, dass ich einfach nicht mehr konnte. Ich bin dann einfach ins Bett. Aber egal. Gut. Und gucken wir mal, was ich als nächstes mache. Nebenbei geht es auf alle Fälle weiter. Auch wenn ich jetzt einmal geplant habe, hinten noch fertig aufzuräumen. Und dann mein Auto zu machen. Das heißt, ich weiß nicht, wann das nächste Cota-Video kommt. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Vielleicht kommt der Morgen schon wieder eins. Ich weiß es nicht. Oder am Montag. Oder am Dienstag. Oder am Mittwoch. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Bis dennne. 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 Untertitelung des ZDF, 2020